Wir schauen uns aber ein paar interessante Ereignisse an, die gerade in den USA passieren. Einen ganz besonderen Blick werfen wir dabei auf die US-amerikanischen Zinsen, also die Leitzinsen und die Inflation. Denn wir stehen vor einer großen Frage. Und zwar, kann das sein, dass wir nie wieder niedrige Inflationszahlen sehen? Also eine Teuerung unserer Preise, stetige Teuerung, die einfach auf einem zu hohen Niveau ist und nie wieder wirklich runterkommt. Was eben auch, ich meine, selbst bei 2% Inflation, was uns als Preisstabilität verkauft wird, ja auch nach der ganzen Teuerung, die wir jetzt gesehen haben, schon ein verbleibendes Drama bedeutet. Aber eben mit einer Preissteigerung, die deutlich über diesen 2% liegt. Die Amerikaner haben heute ihre Inflationszahlen veröffentlicht und denen gerät hier einiges aus dem Ruder. Was ist passiert? Es wurde jetzt erstmal veröffentlicht, dass die Inflation, und das muss man sich klar machen, und das ist immer gemessen für die Güterpreise zum Vorjahr, und zwar um 3,5% gestiegen ist. Also, das Leben im Vergleich zum letzten Jahr kostet im Durchschnitt 3,5% mehr. Und jetzt muss man sich hier nochmal ganz bewusst machen, dass diese Inflationszahlen natürlich auch schon, naja, im Quadrat geschönt sind. Also, man hat vor allem 2018 eine komplett neue Bemessung von Inflationszahlen angefangen und hat damit auch schon eine bisherige Inflationsbemessung extrem relativiert. Und Inflation heißt nichts anderes als Aufblähen. Es kommt vom lateinischen Wort Inflare und war über, ja, sehr, sehr viele Jahre hinweg eigentlich war das immer das Standardwissen, dass Geldmengenausweitung zur Inflation führt. Weil man aber natürlich mit der Geldmengenausweitung ganz bestimmte Güter auch preislich manipulieren kann, hat man immer gesagt, naja, mehr Geldmenge heißt nicht gleich auch mehr Inflation. Das zumindest, wenn man sich eben nur einen kleinen Rahmen der Wirtschaft anguckt. Ja, und die Inflation, die wird immer am sogenannten CPI bemessen, dem Consumer Price Index. Und das Problem am Consumer Price Index ist einfach, dass bei diesen Daten leider nur ein Teilbereich des Marktes angeschaut wird. So Sachen wie Klopapier oder was kostet das Butterbrot oder ein Butterbrot zu kaufen halt in der Form, dass man sagt, naja, vielleicht noch ein bisschen Salat und so mit drauf. Mieten sind zum Teil mit drin, aber was gar nicht mit drin ist, sind Aktien und andere Dinge. Und das ist ein Riesenproblem, weil uns wird suggeriert, hey, schau mal, es ist eine Inflation von 3,5%. Aber in Wirklichkeit sind die ganzen Dinge, die so unseren Alltag berühren, viel teurer geworden, sind aber zum Teil eben gar nicht da drin enthalten. Zum Beispiel Immobilien, ja, die sind selber gar nicht mit da drin. Und wer eine Immobilie kaufen will, für den ist es von Jahr zu Jahr nicht 3,5% schwerer, sondern ein Vielfache schwerer, weil der Immobilienmarkt teilweise 10, 11% pro Jahr teurer wird. Ja, und das ist auch logisch, weil wenn das Geld entwertet, rennen die Leute eben in irgendwelche Güter mit dem Geld, die besser Wertspeicher sind, als es das Geld ist. Und Geld sollte ein Wertspeicher sein. Wenn eine Gesellschaft ohne Zwang sich für ein Geld entscheidet, dann für ein Geld, das ein guter Wertspeicher ist. So war es historisch. Und das ist auch logisch, weil man natürlich damit seine Kaufkraft für die Zukunft abspeichern kann und eben Wert speichern kann. So, jetzt haben wir aber bei der Inflationsbemessung, so wie wir es kennen, noch ein zweites Problem. Und das Problem ist, dass die Art und Weise der Inflationsannahme den technologischen Fortschritt rausrechnet. So, man sagt nämlich jetzt, passt mal auf, es ist jetzt neues Jahr, neue Computertechnologie raus. Du kriegst ja jetzt für den gleichen Preis mehr Computerleistung. Und dann wird nämlich dieser Leistungszuwachs als Vorteil dargestellt und dann wird der schon mal aus dieser ganzen Inflationsberechnung rausgezogen. Das bedeutet, würden wir die deflationären Effekte von technologischem Fortschritt auf unsere Inflationsbemessung nochmal mit draufrechnen, das heißt, theoretisch müsste von Jahr zu Jahr alles günstiger werden, dann sprechen wir auch bei 2% Preisstabilität, also von 2% wird pro Jahr alles teurer, aber nicht wirklich von 2%, sondern von, naja, technologischer Fortschritt ist preislich vernichtet worden, du hast keinen wirklichen Vorteil, plus es ist nochmal 2% teurer geworden. Also statt, dass es günstiger geworden ist, ist es sogar teurer geworden. Und dann reden wir eigentlich auch nicht von 2% Inflation, sondern wahrscheinlich von 7% Inflation oder so. Das heißt, selbst bei 2% Inflation, selbst bei 0% Inflation haben wir zwar eine preisliche Stabilität, die aber eigentlich unlogisch ist, weil eigentlich technologischer Fortschritt dazu führen würde, dass wir eine natürliche Deflation hätten. Und das zeigen auch die Marktphasen, wo wir harte Geldstandards hatten und das darüber hinaus sogar zeigt, dass in diesen Marktphasen der harten Geldstandards die Innovation größer war, die Erfindungskraft größer war, die Wachstumsraten der Wirtschaft größer waren, inflationsbereinigt, selbstverständlich, und die Geldmenge sich innerhalb der Gesellschaft fairer verteilt hat. Also es gibt de facto eigentlich gar keinen guten Grund für Inflation. Und jeder, der denkt, dass Inflation Wert schöpft, der liegt falsch. Denn alles, was Inflation tut, wenn jetzt ein neues Unternehmen oder ein Unternehmen, ein klassisches Unternehmen, einen Kredit nimmt, um Wert zu schöpfen, sagen wir eine Immobilie zu bauen oder ein Produkt zu bauen, dann ist nicht wirklich neuer Wert geschöpft worden mit diesem Kredit, der dann zurückgezahlt wurde, sondern man nimmt ja die Kaufkraft aus der Gesellschaft, man nimmt anderen die Chance, eine Immobilie oder ein Produkt zu bauen und verteilt es um auf das Unternehmen, was den Kredit bekommt. Also eine Inflation führt nicht zu mehr Wertschöpfung, sondern zu einer Umverteilung dieser Wertschöpfung. Also und im Zweifelsfall sogar auf die Unternehmen, die am ineffizientesten sind und Schulden machen, statt auf die Unternehmen, die eben Kaufkraft sparen würden mit ihrem Geld und damit ganz natürlich ja weiter produzieren würden. Also Inflation ist in erster Linie der Diebstahl der Kaufkraft der Gesellschaft als Umverteilung auf einzelne Akteure innerhalb der Wirtschaft, die dadurch Wirtschaftswachstum zwar erlangen, aber wahrscheinlich weniger, als wenn man die Kaufkraft bei den jeweiligen Akteuren gelassen hätte und sie nicht dort weggezogen hätte, die ja dann selber auch was produziert hätten. Also stellt euch einfach vor, es sind zwei Bauern, der eine hat seit 30 Jahren ein Feld, spart seit 25 Jahren auf einen Traktor, hält dafür sein Geld zurück und ist super effizient mit seiner Feldfläche und versucht einfach wirklich jeden Cent beiseite zu legen, um einen Traktor zu kaufen. Jetzt passiert Folgendes, es zieht im Nachbarhof ein neuer Bauer ein, der hat noch gar keine Ahnung von gar nichts, ist super ineffizient und denkt sich, wenn ich jetzt einen Traktor hätte, dann könnte ich ja sofort mehr produzieren. Der weiß gar nicht, wie ein Feld gut zu bestellen, das ist dem auch egal. Der nimmt sich jetzt einen Kredit, die Folge ist, die Geldmenge steigt erstmal, heißt, das Leben für den anderen Bauern, der seit 30 Jahren spart, wird schwerer, schwerer zu finanzieren. Die Kaufkraft von diesen Bauern wird umverteilt auf den neuen Bauern. Der, der jetzt seit 30 Jahren auf den Traktor spart, hat also es jetzt plötzlich schwerer, auf den Traktor zu sparen, weil, jetzt kommt's, der neue Bauer sogar noch mit dem neuen Geld einen Traktor kauft und den Traktor am Markt verknappt. Das bedeutet, Traktor wird teurer für alle, das Geld, die Geldmenge wird größer für alle und so passiert es, dass der Geldwert fällt, Traktorenpreis steigen und der ineffizientere Bauer, der jetzt gerade erst am Start ist, diesen Traktor hat. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Vor allem ist es nicht fair, wenn dem Geld, der Schuldschöpfung, dieser Gelderschaffung, kein wirkliches Chancen-Risikopotenzial gegenübersteht. Denn, naja, was passiert denn, wenn der Bauer das Geld nicht zurückzahlen kann für den Traktor? Naja, gar nichts. Es entwertet mit der Zeit. Es wird immer leichter, diese Schulden zu begleichen. Unter einem harten Geldstandard kann es genauso die Form von Krediten geben, mit einem großen Unterschied. Das Geld kann nicht aus dem Nichts erschaffen werden. Das heißt, es kann immer noch ein Kredit genommen werden, wenn es wirklich, wirklich notwendig ist. Die Zinsen für so einen Kredit wären nur viel höher, 10, 15 Prozent oder so, weil eben diesem Geld ein großes Risiko gegenübersteht. Wenn du dein Geld verleihst und der macht damit Blödsinn, dann ist es weg. Dann kann auch kein Neues gedruckt werden. Und das Geld steigt ja in Kaufkraft auf lange Sicht. Das heißt, du hast gar keine Notwendigkeit, das zu verleihen. Du könntest es aber tun, wenn die Konditionen gut sind. Also, was wir feststellen ist, Inflation führt zu einer Umverteilung der Kaufkraft, der Innovationskraft innerhalb der Gesellschaft von den nachhaltigen und effizienten Teilnehmern auf die ineffizienten, weniger nachhaltigen Teilnehmer und macht für alle in der Gesellschaft das Leben schwerer. Inflation erzeugt keinen Wirtschaftswachstum. Inflation, historisch gesehen, hat das Wirtschaftswachstum sogar gehemmt. Alles überprüfbare Zahlen. Das ist nichts, was wir hier jetzt einfach aus dem Nichts erfinden. Wir haben ja diesen Artikel zur Inflationslüge. Das erstmal ist deswegen wichtig, weil viele bis heute immer noch denken, Inflation sei ein notwendiges Übel, um die Wirtschaft am Leben zu halten. Das ist nicht korrekt. So, jetzt haben wir die aktuellen Zahlen 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist massiv. Und wenn wir uns das Ganze mal gegenüber dem März vergleichen, dann sehen wir, dass im Vergleich zum Vormonat sogar die Preise um 0,4 Prozent gestiegen sind. Und das nach dieser ganzen geschönten Inflationsberechnung, die uns hier um die Ohren gehauen wird. Also, Folgendes ist heute veröffentlicht worden, die neuen geschätzten CMI-Daten. Also, was wir hier sehen ist, man vermutet jetzt, dass der Leitzins der Amerikaner erstmal nicht gesenkt wird. Und das war die Erwartung, die wir bislang hatten. Schaut mal hier, zum letzten Monat, vor einem Monat hat der Markt noch gedacht, dass der Leitzins auf 500 beziehungsweise 525 Basispunkte gesenkt wird. Also, 5 Prozent, 5,25 Prozent. Da waren noch 57 Prozent der Meinung, dass das passiert. Und hier, achtet mal da unten drauf, 26,6 Prozent haben gedacht, dass der Zins bleibt, wie er aktuell ist. Jetzt, nach den aktuellen Inflationsdaten, sieht der Markt ganz anders aus. Nur noch 22,9 Prozent denken, dass der Leitzins gesenkt wird. 76,8 Prozent glauben, dass er bleibt, wie er ist. Und das aus folgendem Grund. Wenn der Leitzins oben bleibt, dann ist es teurer, neue Kredite zu nehmen, klar. Und das heißt auch, dass die Geldmenge erstmal sinkt und in der Theorie erstmal die Inflation auch nach unten drückt. Jetzt muss man sich klar machen, dass diese 5,5 Prozent, wo wir uns zinsmäßig befinden, schon ein extrem hohes Niveau sind. Also ein Niveau, was ja vor allem, wenn wir die Niedrigzins- oder Nullzins-Politik der Corona-Zeit betrachten, unfassbar hoch ist und was die Märkte unglaublich unter Stress gesetzt hat, weil diese ganzen Unternehmen, die dank dieser Geldmengen-Umverteilung, dieser Kaufkraft-Umverteilung produzieren konnten, das jetzt deutlich schwerer können, Kredite eher zurückzahlen müssen, weil es teurer geworden ist, neue Kredite zu schöpfen. Und das wiederum führt dazu, dass der ganze Markt in einer Rezession kommt und die ganze Wirtschaft unter Druck gerät. gepaart, Achtung, mit weiterhin hohen Inflationszahlen. Denn, anders als man erwartet hatte durch diesen hohen Zins, ist die Inflation jetzt nicht nach unten gegangen, sondern nochmal stärker wieder gestiegen. Und das kann bedeuten, dass obwohl die Federal Reserve, die US-amerikanische Notenbank, den Leitzins weiter anhebt, die Preise trotzdem weiter steigen und das, obwohl die Geldmenge eigentlich wieder kleiner werden müsste. Zum einen, weil diese Effekte extrem verzögert sind, zum anderen aber auch, weil alle versuchen, irgendwie in diesem extrem schweren Marktumfeld ihre Kaufkraft zu erhalten, indem sie einfach höhere Preise an Produkte und so weiter schreiben, um dieser Situation entgegenzuwirken. Und das kann ein selbstbefeuernder Effekt sein, eine Art Inflationsspirale, eben das Gegenteil von dieser Deflationsspirale, die uns immer als gefährlich verkauft wird, passiert jetzt Folgendes, es könnte sein, dass trotz hohem Zinsumfeld die Preise immer weiter steigen, die Wirtschaft immer weiter unter Druck gerät und die Menschen sich auch nichts mehr leisten können und das, obwohl das Geld eigentlich abgehärtet sein sollte. Ja, und da sehen wir, dass das Risiko einer steigenden Inflation denen auch komplett bewusst ist. Die Folge ist, dass der CEO Jamie Dimon von JP Morgan jetzt sogar warnte, dass er vermutet, der Leitzins könnte sich sogar noch auf 8% erhöhen. Also nicht nur, dass wir jetzt schon ein relativ hohes Leitzinsniveau haben, sondern sogar, dass hier noch eine Steigerung kommt und das würde die Märkte massiv unter Druck setzen. Also 8% Leitzins ist unglaublich hoch. Also das bedeutet, wenn man sich einen Kredit nimmt als normale Person für den Bau einer Immobilie, wird wahrscheinlich der Zins dann noch ein Stück darüber liegen, also 9% oder 10%. Das wäre ein, ich sag mal, eigentlich erwünschenswertes Zinsniveau für den US-Dollar, ist aber extrem gefährlich für eine Wirtschaft, die halt so sehr an billiges Geld gewöhnt ist. Das kann uns richtig heftig um die Ohren fliegen und wenn die das nicht in den Griff bekommen, die Inflation damit zu bekämpfen, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführen soll. Und natürlich reagieren nach solchen Inflationszahlen sofort die Märkte. Wenn die Erwartung groß ist, ja, ja, nee, nix wird hier billiges Geld kommen, dann rutscht natürlich der vor allem Investmentmarkt ab und das seht ihr auch hier bei Bitcoin. Wir haben kurzzeitig heute die 67.000 Dollar gesehen, einfach aus dem Grunde, weil die Erwartung war, oh Gott, bislang dachten wir ja, der Leitzins bleibt entweder gleich oder wird gar gesenkt. Jetzt können wir schon fast von einer Steigerung ausgehen, beziehungsweise zumindest davon, dass die Federal Reserve mit dem Zins bleibt, wo sie ist. Das heißt, billiges Geld bleibt aus, das heißt, weniger Geld wird investiert in Aktienmärkte, Anleihen und so weiter und das drückt alles nach unten. Bitcoin konnte sich allerdings davon relativ schnell erholen. Ja, und das sehen wir auch in den ETF-Zahlen, mal ganz ungeachtet natürlich, dass wir die heutigen Zahlen jetzt noch gar nicht haben, ist es aber so, dass die letzten Tage die Zahlen immer noch extrem stark aussehen. Schaut mal hier, wenn wir mal den IBIT von BlackRock anschauen, 128 Millionen US-Dollar oder hier am 5. April 308 Millionen US-Dollar, das sind immer noch unglaublich starke Zahlen, die Zuflüsse sind immer noch sehr, sehr hoch und aus dem GBTC haben wir immer noch extrem starke Abflüsse. Das ist übrigens ein bisschen noch nach wie vor entgegengesetzt der Theorie der Bloomberg-Analysten, die ja vermutet haben, dass hier bald die Konkursmasse abverkauft sei aus diesem ETF, ist nicht der Fall. Ja, und von daher, das drückt unter Umständen auch auf den Bullenmarkt, also wenn die Investitionen allgemein erstmal schwerer sind und das muss man ja einfach sagen, der gesamte Investitionsmarkt reagiert sehr sensibel auf die Geldpolitik der Amerikaner und das ist auch klar, der US-Dollar ist für die meisten Menschen nach wie vor die größte Währung und die am meisten genutzte Währung und auch die Währung, in der wir alle Preise bemessen, auch wenn es vielleicht kein guter Indikator zum Bemessen von Preisen ist, aber es ist nun mal unsere Leitwährung weltweit und das heißt auch, wenn dort Regeln geändert werden, bewegt das die Welt gerade noch am meisten. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann komplett hin zu Bitcoin ändern, weil es einfach der bessere Maßstab ist, aber da sind wir bei weitem noch nicht. Wir haben den Vorteil, das heute zu wissen, weil es ökonomisch absolut sinnvoll ist, aber das ist auch eben genau der Grund, warum man so früh so günstig an Bitcoin kommt. Es ist eben nicht jedem bewusst zum heutigen Zeitpunkt. Ja und das ist natürlich nicht überall so, wir haben eine sehr spannende Meldung und ich habe ja letztens mal in einem Video darüber gesprochen, dass Bitcoin dazu führen könnte, dass es einen sanften Übergang von Fiat-Währung in einen Bitcoin-Standard gibt und während es diesen Übergang gibt, die ganzen Schulden und damit auch erzeugten Geldmengen, US-Dollar, Euro, zurückgezahlt werden. Da haben einige noch gesagt, ja was ein Quatsch, warum sollte das jemals passieren? Das macht ja keinen Sinn. Einige Mainstream-Ökonomen haben sogar gesagt, das sei kein Versprechen, sondern eine Drohung. Für diese Leute ist die Schulderzeugung eine Notwendigkeit. Die sagen, naja ohne Schuld, ohne Schuld, ohne den Staat, der Schulden umverteilen kann oder Schulden erstellen kann, das auf einzelne Akteure umverteilen kann, wo er es als fair erachtet, würden wir in ein unglaublich gefährliches System rutschen. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen eher, dass gerade durch diese zentrale Geldschöpfung die ganzen Missstände global entstehen. Heute geht es um